Ich weiß nicht, was wir hier machen! Wie ist denn wieder herkommen? Ja, genau! Ja, seht ihr das? Wir sind Adi und Hanna. Und das ist unsere Abendroutine. Jeden Abend machen wir das. Wann kommt der Sekt? Wir fahren immer mit einem Fahrstuhl, mit einem Lift. Und dann besorgen wir uns jeden Abend ein Getränk. Gut! Ich hab's gesehen! Imagine beim Start vom Flugzeug ein Tornado entzündet. Das heißt, man geht mit Vorwärtsbewegung nach oben. Der Tornado geht nach unten. Das heißt, der Tornado soll sich eigentlich noch schneller in den Körper rein fusionieren. Das ist die beste Idee der Kletterer. Kannst du dich nur erinnern, wie wir Robin treffen wollten? Ja. Wir besuchen vielleicht Robin, denn er ist eigentlich verantwortlich, dass wir uns kennen. Jetzt bin ich wieder da. Und jetzt bist du auch wieder da? Ja! Wieso bist du da? Ich liebe die Schweiz. Wann hat Hanna jetzt in der Schweiz? Ähm, ja. Ah, ihr seid zusammengezogen? Ja, 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 ja. Wir haben eine Kooperation zusammen. Was im Bett. Dann genehmigen wir uns immer Abendessen. Meistens essen wir das Abendessen am Essen am Abend. Und dann entzünden wir immer in der Züricher Innenstadt den Tornado. Meistens schauen wir uns dann nur die Weihnachtsdekoration in Zürich an. Das machen wir immer. Das machen wir jeden Tag. Ja, immer. Im April die Weihnachtsdekoration, Digga. Okay, das ist jetzt deine ehrliche Meinung. Warte, wir laufen uns hier raus. Wow. Es ist echt schön. Es schaut aus wie so Disney. Wie findest du die Straßenbeleuchtung? Beleuchtend. Das ist funny, weil es leuchtet. Das ist funny, weil es leuchtet. Schau mal hier, deine Freunde. Die Porzelei. Die Porzelei. Soll ich mir Sprühkerze schenken. Schenk denen... Sprühkerze. Eine Sprühkerze. Beim Öffnungsprozess dieses Tornados wurde der Deckel zerstört. Hat es hier drinnen Glas, Scherben oder nicht? Nein, weil durch die Macht des Tornados. Dann schauen wir uns immer Adis Trauma-Autos an. Das ist der Trauma-Auto. In meinem Traum träume ich von diesem Auto. Und von mir. Im Zug. Aber oben oben. Schere Steinpapier. Wenn du gewinnst, dann kauf ihn dir. Drei, zwei, eins. Drei, zwei, eins. Oh nein, ich habe verloren. Ich habe mich vorne in den Haaren. Ja, das ist einfach unser Auto zur Raumform. Ich weiß nicht, was wir hier machen. Wie ist es, wenn wir da herkommen? Ja, genau. Ich verstehe es. Waren wir gerade in der Stretch-Level-Zule? Im Menschen da drin am Tornado entzüpfen. Boah, im Menschen da drin. Schau, das Ding ist. Wir suchen seit Stunden eine Pizzeria. Und wo waren wir? In einer Limo? Wir suchen seit Stunden. In einem Prada-Store. Ich kann das auf Toast. Wir wicken so drunk. Nein. Du hast ein Tornado getrunken. Ja. Ein Tornado. Wir haben es geschafft. Wie wir einfach ohne zu zögern in einem Restaurant bei unsre Corona herstellen. Wir kriegen dort lauter verschiedene Sorten Pizza. Wir können jetzt so viel essen, wie wir wollen, bis wir nicht mehr mögen. Das Abendessen war 10 von 10. Wir gehen weiter in die Innenstadt. Wir gehen weiter in die Innenstadt. Denn die Party findet Innenstadt. Merke es dir bitte. Was gibt es hier zu sehen, Herr Vogt? Den Rhein. Gibt es nur in Basis. Und in Deutschland? Ja. Aha, den Rhein. In Rhein. Ich kann einen Song singen. Ey, ich liebe dich. Ey, ich liebe dich auch. Darf ich im TikTok sehen? Ich liebe dich. Ey, wuuu. In der Schweiz bin ich natürlich hinter Roger Federer. Mann mit dem zweitkürzesten. Hörst du mal aufhören mit dieser Scheiß-Taschenlampe mir in die Fresse zu blicken? Es schaut so gut aus. Ja. Alter, was das richtig nice wäre? Ja. F***. Ich will auf den Steg. Ah, moi, stecken wir uns wieder. Ah, moi, schau ja von oben zu. Auf meinen heutigen Tag leg ich mich dankend nieder. Um auch für alle Zeiten meine Augen zu. Das ist der perfekte Spot für einen Heiratsantrag. Okay, es ist soweit. Jetzt muss ich dir einen Heiratsantrag machen. Hey, hey, willst du meine Frau werden? Ein Kind. Steuern sparen. Das ist der Ort, an dem wir immer Anträge machen. Da machen wir immer Anträge, wenn wir in den Ausgang gehen. Willst du? Mir ein Bier bez... Das Auto gefällt dir, gell? Ich finde es schön, ja. Scherisch dein Papier, wenn du gewinkst, kaum finden. Na, Blödsinn, wenn du meine Lieblingsfarbe errätst. Deine Lieblingsfarbe? Ja. 3, 2, 1, gelb. Nee. Lila. Oder rosa, ja. Ah, du meinst, wenn die lila Wolken wieder lila oder rosa werden. Sind. Nee, ich gehe nicht auf dieses Karussell. Ich will... Nee. Du willst jetzt einen Joke machen, dass du wegschneidest und dann bin ich auf dem Karussell. Haha. Aber du kannst mir glauben, ich gehe nicht auf... Ist gut. Ich bin so stolz auf dich. Danke, danke. Also wir wissen nicht warum, aber wir sind schon wieder am Glüh... Am Glühwein. Am Weihnachtsmarkt. Wie holen wir uns jetzt? Glühwein. Glühwein. Ja, aber geh nicht rein. Glaub mir. Nee, nee, nee. Bist du nass? Ja. Sorry. Ohne. Oh mein Gott, wir haben es geschafft. Wir haben uns über den Karussell. In der Schweiz wächst das Geld wortwörtlich auf den Bäumen. Mega. Das ist ein Swarovski-Bang. Jetzt kommt der Moment. Wir haben immer jeden Abend in unserer Abendroutine das Problem, dass wir keine Coronas mehr füllen. Jedes Mal bei unserer Nachtroutine haben wir das Corona-Problem. Aber heute, heute haben wir es geschafft. Ich fühle mich wie ein Kolibri. Gokoli. Boah, ich glaube dieser Innenhof hier ist geil. Ein Innenhof, wow. Wohin gehen wir jetzt? Ich gehe jetzt duschen. Aber... Wirklich? Jetzt? Jetzt gehe ich duschen. Wirklich? Ja. Ich gehe morgen. Das ist ja funny weiß. Jetzt ist jetzt und morgen ist es morgen am morgen. Aber Adi? Ja. Duschen zu zweit? Spart Geld und Zeit. Ja gut, aber andererseits, ein Kind ist ja teuer. Da muss man direkt wegschneiden, weil das funny ist. Hast du ein weißes T-Shirt? Das ist funny, weil wenn es weiß ist... Verlack ich immer. Was ist das für eine Farbe? Das ist Lila. Wie schaut es für dich aus? Pink. Die Lila und Pink ist ja ähnlich. Nein. Was hast du für Farbe? Grau. Rot. Beige. Ich rate immer. Gratulier zum Lila. Danke. Jetzt pein und guter. Guten Dank. Willst du es wirklich duschen? Wie sehr. Bro, lass machen ein Tornado. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Ich muss euch was sagen, wir haben heute so coole Büder gemacht. Also es war coole. Wie du sagst ja. Kann das das Thumbnail werden? Ja, genau so. Das ist perfekt. Oh ja.